Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb. Am allerliebsten aber hatte es seine Großmutter. Und die Oma, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Da fiel ja immer wieder was Neues ein. Einmal schenkte sie dem Mädchen ein Käppchen aus rotem Samt. Und weil ihm das so gut stand, dem Mädchen. Und es nichts anderes mehr tragen wollte, es wurde immer nur das Käppchen tragen. Nannte man es dann Rotkäppchen. Eines Tages sagte seine Mutter zu ihm, komm Rotkäppchen, du hast da ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Das lege ich dir in den Korb, bring den der Großmutter hinaus. Die ist krank und schwach und wird sich daran loben und bestimmt bald wieder gesund werden. Mach dich auf, bevor es heiß wird und wenn du hinauskommst, so geh hübsch, sittsam und weiche nicht vom Wege ab, sonst fällst du und sabrischst vielleicht auch noch die Flasche Wein. Wäre schade. Und die Großmutter hat dann nichts mehr davon. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum, wie du das gerne machst. Ich will schon alles gut machen, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand drauf. Das war versprochen. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf entfernt. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm dort der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, dass solche Tiere, solche Wölfe auch schon mal ganz schön böse sein können. Und weil sie das nicht wusste, fürchtete sie sich erst gar nicht vor ihm. Guten Morgen, Rotkäppchen, sprach der Wolf. Schönen Dank, Wolf. Wohin so früh, Rotkäppchen? Zur Großmutter. Was hast denn du da unter deiner Schürze? Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas Gutes tun und sich damit stärken und bald gesund werden. Rotkäppchen, wo wohnt eigentlich deine Großmutter? Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichenbäumen, da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken. Das wirst du ja wissen, antwortete Rotkäppchen. Der Wolf aber dachte bei sich. Das junge, zarte Ding. Es ist ja eigentlich ein feiner Bissen für mich. Der wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es lustig anfangen, damit du beide schnappst. Das war wirklich ein ziemlich böser Wolf. Da ging er an Weichen neben Rotkäppchen her. Dann sprach er, Rotkäppchen, sieh mal die schönen Blumen, die überall hier stehen. Warum guckst du dich nicht um? Du gehst ja vor dich hin, als wenn du zur Schule gehen würdest. Und es ist doch so lustig hier draußen im Walde. Rotkäppchen schlug die Augen auf und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzen und alles voll mit schönen Blumen stand, dachte es bei sich, hm, wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, wird sie das auch freuen und es ist so früh am Tag, dass ich noch zur rechten Zeit ankomme. So lief es vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gepflückt hatte, meinte es, was da hinten stehen hier noch eine schönere und lief dann dorthin, geriet so immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber lief geradewegs zum Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Rotkäppchen war ja draußen noch im Walde und sammelte Blumen. Wer ist da draußen? Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf, sagte der Wolf. Drück nur auf die Klinke, rief die Großmutter, ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er wandte sich, ohne ein Wort zu sprechen, zugleich zur Großmutter und, haps, verschluckte sie. Dann zog er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf und zog die Vorhänge und legte sich in ihr Bett. Richtige Wölfe machen sowas natürlich nicht. Die fressen keine Menschen. Das nur mal nebenbei bemerkt. Das ist nur im Märchen so. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen und als es so viele zusammengesucht hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür aufstand und wie sie in die Stube trat, da kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte, Eieieiei, wie ängstlich wird mir es heute zum Motor und ich bin sonst ja doch so gerne bei der Großmutter. Er schief, Guten Morgen, bekam aber keine Antwort. Daraufhin ging sie zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so komisch aus, so wunderlich. Eieiei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann, sagte der Wolf. Eieiei, Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Eieiei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Die Oma hatte er schon auch gefressen. Als der Wolf seine Gier gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben am Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht. Du musst doch mal sehen, ob ihr irgendwas fehlt. Er trat in die Stube und wie er vor das Bett kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. Finde ich dich hier, du alter Sünder, sagte er, ich habe dich lange gesucht. Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte ja vielleicht die Großmutter gefressen haben. Und vielleicht könnte man sie ja sogar noch retten. Das wäre toll. Also schoss er nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten. Und noch ein paar Schritte weiter, da sprang das Mädchen heraus und rief, ach, wie war ich erschrocken. Wie war ich doch erschrocken, wie war es doch so dunkel im Wolf, seinen Bauch. Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum noch atmen. Das war alles ganz schön anstrengend gewesen. Naja, lass du dich mal von dem Wolf fressen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib. Und wie er aufwachte, wollte er fortspringen und weglaufen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich hinsank und sich zu Tode stürzte. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte. Und er holte sich schnell wieder. Rotkäppchen aber dachte, du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn dir es die Mutter verboten hat. So war das Märchen vom Rotkäppchen. Demnächst gibt es ein anderes Märchen. Tschüss, dein Opa.